Das neutrale Österreich bietet nun dem nächsten aus der Ukraine getürmten Top-Manager in Wien Unterschlupf. Bisher sollte offenbar geheim gehalten werden, dass sich der Chef der Nationalbank der Ukraine in Österreich versteckt. Nach Kirillu Sevschenko wird in seiner Heimat bereits seit 24. Oktober per Steckbrief gefahndet. Der Top-Banker des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sucht in Österreich tatsächlich um politisches Asyl an. Wie der Express nun erfahren hat, will der Nationalbankchef, der am 24. Oktober 2022 die Ukraine verlassen hat, in Wien und somit in Sicherheit vor den Fahndern der Zelensky-Regierung einmal die nächsten Monate abwarten. Der ukrainische Top-Manager, der bis zum 4. Oktober immerhin die Nationalbank des kriegsführenden Landes geleitet hat, ist international ausgezeichnet vernetzt. So hat Kirillu Sevschenko erst am 21. April des Vorjahres, also schon nach Beginn der russischen Invasion, US-Finanzministerin Janet Yellen in Washington getroffen. Am 4. Oktober des Vorjahres hat Kirillu Sevschenko dann plötzlich sein Amt als Nationalbankchef aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt und ist wenig später abgetaucht. Wenig später meldeten ukrainische Medien, dass die Antikorruptionsbehörde konkret gegen den Bankvorstand und weitere vier mögliche Komplizen ermitteln würde. In seiner Funktion als Vorstand der staatlichen Ukrasbank soll der Manager angeblich mit 52 Fake-Kunden bis zu 5,42 Millionen Euro abgezweigt haben. Dieser Vorwurf könnte allerdings auch eine Konstruktion der Regierung in Kiew sein, da mehrere Quellen von einem Zerwürfnis von Sevschenko mit der aktuellen politischen Elite der Ukraine berichtet. Für die österreichische Bundesregierung ist der Fall von Kirillu Sevschenko extrem heikel.